Willkommen zurück bei Black Mirror 3 nach einer gnadenlos überzogenen Folge. Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass wir da großartig weiterkommen. Ich werde... Ich werde, werde, werde. Erstmal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Genau, wir haben hier noch den Schlagbohrer, den Schlauch. Wir haben... Moment. Moment. Ah! Mir ist nämlich, ich war zwischendrin jetzt was essen. Hier stehen eine Menge Benzin, alle leer. So ein Pech. Aber ich nehme mal einen mit. Irgendwo lässt er sich füllen. Genau. Ähm. Mir ist nämlich noch eingefallen, dass es ja an einer bestimmten Stelle Sprit gibt. Und deswegen können wir da auch noch hinlaufen. Ihr erinnert euch an den Tank, denke ich? Mit dem Schlauch kann ich das Benzin aus dem Tank saugen. Ein Kanister habe ich auch. Los geht's. Los geht's. Wow, das schmeckt so eckig. Und ja, ich habe wieder Masse ist in der Hand. Der Kanister ist halb voll. Das sollte genügen. Bei uns draußen herrscht immer die gleiche Stimmung wie hier im Spiel. A la Weltuntergangs-Regenguss. Okay. Wir haben... ...ein halb vollen Beziehendannister. Ähm... Bum, bum, bum. Hallo. Danke. Nein, nein. So rum. Äh... Bum, bum, bum. Halt, nein. Zack. Da haben wir's. Führen wir mal den Bohrhammer auf. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir den brauchen, aber... ...da wird sich schon was finden lassen. Voll. Voll. Schön. Boah, ganz schön schwer. Ja. Okay. Das ist Blut. Greggs Blut. Ich kann nicht fassen, dass er tot ist. Erschlagen von einem Totenschädel. Nicht begreifen. Aber was ist das hier? Schwarzer Schimmel? Seltsam. Ich dachte immer, Schimmel bevorzugt dunkle und luftdichte Stellen. Komisch, dass er ausgerechnet an diesem luftigen Platz wirkst. Das Schloss scheint wirklich langsam zu vergammeln. Höchste Zeit, dass es renoviert wird. Na, das ist schon keine Renovierung. Das ist eine Kernsanierung. Noch besser wäre wahrscheinlich Ausräuchern. Aber gründlich. Mhm. Mit einem Exorzisten oder zwei oder drei. Wenn's reicht. Ja, ich hab da so ne Idee. Ne? Schade. Das hat jetzt so gut gepasst. Hm. Das Wappen der Gordons. Recht unspektakulär. Ich hätte eher einen feuerspeienden Drachen erwartet oder einen Greifvogel mit blutigen Krallen. Ach, die Unscheinbaren sind immer die schlimmsten. Ach, okay. Andere Punkte auf der Karte. Und das Spiel hat sich wieder minimiert. So. So. Moment. Vielleicht. Können wir ja mit dem Pfarrer reden. Könnte ja sein, dass er was weiß. Hallo, Vater. Ne. Willkommen. Danke für die Hilfe. Der Herr mit. Willow Creek. Ja, wir wollten ja noch in, in, in Miss Welles Haus eigentlich, ne? Ich frage jetzt noch, ob wir da reinkommen. Oh, das Museum ist eröffnet. Hm. Ganz schön wenig los hier. Wie verdient Mary denn an dem ganzen Kram hier Geld? Was zur Hölle? Ach, das ist jetzt aber nicht Miss Welles Leiche, oder? Eine Nachbildung von Miss Welles Brandleiche? Also, damit ist meine Schmerzgrenze erreicht. Kann man Mary nicht wegen Geschmacklosigkeit verklagen? Ah, vielleicht. Ich weiß nicht, worüber ich mich mehr wundern soll. Dass Mary tatsächlich Nachbildungen von Dr. Hermans abgeschlagenen Kopf gemacht hat? Oder dass jemand eine davon gekauft hat? Wer zum Teufel tut sowas? Gute Frage. Was steht da? I love blood and kill me. Und was steht da? Take my soul. Hat Mary Gips Abdrücke von seinem Hintern gemacht und verkauft sie jetzt als Totenmaske? Hätte es die schon eher in Serie gegeben, hätte Samuel sich die Morde sparen können. Womöglich. Hi. Äh. Hm? Das Schild? Bitte nicht mit dem Personal reden. Ah, ja. Komischer Typ. Bestimmt kein echter Polizist. Oh, nee, oder? Hier war die Gordon-Chronik drin. Auf dem Zettel steht, dass sie auf Wunsch der Familie Gordon aus dem Museum entfernt wurde. Das ist die Chronik muss irgendwo... Ach, du Schild. Die Bilder stellen die Mordschauplätze dar. Das hier zeigt den Leuchtturm, bei dem Miss Valley ums Leben kam. Das ist wohl die Rückseite von Black Mirror Castle. Die Stelle, an der vor zwölf Jahren der damalige Gärtner starb. Das Bild kennt man aus der Zeitung und von Postkarten. Er ist zugemord worden. Der Stein-Kreis. Dort wurde Vic ermordet. Miss Vallys kleiner Bruder. Das Bild gibt's im Hotel auch in Postergröße. Ein alter Sekretär. Wozu steht der hier? Wurde darauf jemand ermordet? Oder damit? Das wird eine Foltermaske sein. Mit Dornen auf der Innenseite. Oh, Mann. Das ist der Zaun, auf dem William Gordon nach seinem Fensterschloss fiel. Und ein paar Wochen später auch Samuel. Wenn wir dich so verklagen, dann wird das Ding nicht mehr öffnen. Kompliment an Mary. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Das bin ja ich. Gesucht gefährlicher Brandstifter. Der amerikanische Tourist Darren Michaels steht unter dringendem Verdacht der Brandstiftung. Es werden noch Zeugen gesucht, die Angaben zum Ablauf des Brandabends machen können. Jeder Hinweis zählt. Fehlt nur noch die Kopfgeldprämie. Das ist Vic Valley. Er wurde vor zwölf Jahren tot in einem Steinkreis gefunden. Seine Schwester. Das sind die alten Sachen vom Heimatmuseum, das vorher hier drin war. Der Leuchtturm in Miniaturgröße. Mundgeblasen von Marys Bastelverein. Ach, du Schöne. Was ist das für ein Buch? Tagebuch des Mörders steht da drauf. Mit blutiger Schrift. Gut, ja klar. Utensilien von Dr. Heinz Hermans Knochensägerei. Murray ist gut aufgestellt, was seine Mördervermarktung angeht. Eindeutig. Da fehlen mir glatt mehrfach die Worte. Verschiedene Broschüren über die Geschichte von Willow Creek. Flussumleitung, die alte Akademie, Skelettfunde, Ausgrabungen, die Gefahren des Sumpfs und so weiter. Nichts wirklich Interessantes dabei. Wirklich nicht? Alle Broschüren wurden von Edward erstellt. Er scheint sich sehr für Geschichte und Archäologie zu interessieren. Wer ist Edward? Verschiedene Broschüren. Fluss, nichts wirklich Interessantes. Alle Broschüren wurden... Wer ist nun mal Edward? Eine große Holzkiste mit vorne ein Schild. Klar. In hier gibt es wirklich nichts. Okay. Na ja, vielleicht weiß Miss Winterbottom was, dass die sich nicht aufregt, dass Hermann, ihr ehemaliger Kollege, verantwortet wird und verkauft wird. Kann ich Sie kurz was fragen? Na klar, kommen Sie hoch. Das ist mir ein Rätsel. Frau Doktor? Was liegt Ihnen auf dem Herzen, Adrian? Es ist jetzt schon länger her, dass ich Visionen hatte. Bestimmt drei Tage. Was bedeutet das? Ich würde sagen, das bedeutet, dass die Medikamente gut anschlagen. Es könnte auch sein, dass die aufwühlenden Ereignisse der letzten Tage die Bilder der Vergangenheit vorübergehend verdrängt haben. So oder so, wir sind auf dem richtigen Weg. Von den berühmten Gordon-Brüdern Marcus und Mordred haben Sie doch bestimmt schon was gehört. Marcus und Mordred? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich meine die, die das Schloss erbaut haben. Black Mirror Castle. Vor 800 Jahren. Ach so, die. Nein, was hört man denn von denen? Haben Sie sie gesehen, Adrian? Was haben Sie ihnen erzählt? Hä? Sie halten mich wirklich für verrückt, was? Nein, nein, im Traum, meinte ich. Im Traum. Sie ist ja wirklich lieb, aber das geht ein bisschen zu weit. Sie sagten, Sie kannten Dr. Herman? Ja, er war ein ganz außergewöhnlicher Mann. Wir haben uns beim Studium kennengelernt. Eine schöne Zeit war das. Ich habe dann aber bald gemerkt, dass die Pathologie nicht wirklich etwas für mich ist. Im Gegensatz zu Heinz war ich immer schon mehr für die Lebenden zu haben. Sie haben Pathologie studiert? Unter anderem ja. Erstaunt Sie das? Eigentlich nicht wirklich. Das ist für ein so altes Adelshaus doch nichts verwunderliches, oder? Dieser Fluch. Er existiert wirklich. Adrian, so etwas dürfen Sie sich nicht einreden. Ich wohne seit heute Morgen im Schloss. Und gerade eben gab es den ersten Toten. Ein Handwerker. Das kann doch kein Zufall mehr sein. Ich glaube, der Gedanke kam mir eben auch gerade. Es gibt da Portale, die ich finden muss. Es sind Eingänge zu einem geheimnisvollen Ort, der vielleicht die Ursache für all das Übel ist. Wie kommen Sie darauf? Wer hat Ihnen davon erzählt? Victoria. Kurz bevor sie starb. Vielleicht hat sie ja fantasiert. Vielleicht wusste sie nicht mehr, wovon sie spricht. Adrian, ich halte es für problematisch, an einen Ort zu glauben, der für etwas verantwortlich sein soll. Damit schiebt man nur alles von sich weg. Das ist keine Frage des Glaubens. Diesen Ort gibt es wirklich. Vielleicht sollten wir die Dosis erhöhen. Von 60 auf 90 Milligramm. Ich dachte wirklich, wir wären schon weiter. Bis später. Machen Sie es gut. Ich würde Sie ja zu einem Ausflug einladen, aber... Naja. Na nun? Wo ist denn die Fleischkapuze hin? Gute Frage. Sehr gute Frage. Will ich es wissen? Ach nein, hier brauchen wir nichts mehr. Gucken wir doch mal, ob Abaya da ist. Ich wette, wenn die uns sieht, schließt sie wieder ab. Immer noch geschlossen. Oder eher schon wieder. Gucken wir doch mal bei der Polizei vorbei. Nein, ich finde Denise... Wie läuft's? Wie läuft's? Bestens. Was kann ich für Sie tun, Sir? Sie und Denise sind verlobt? Ja. Ihre Familie und meine sind schon seit Generationen befreundet. Und wir werden auch unser Leben zusammen verbringen. So Gott will. So Gott will. So Gott will. Und Sie? Wollen Sie denn? Selbstverständlich. Denise' Vater hat mir bereits die Geschäftsleitung des Cafés übertragen. Das ist natürlich ein Grund. Vor allem ist es eine große Verantwortung. Aber die Kellnerei liegt mir. Es macht mir große Freude, unsere Kunden zu bedienen. Lassen Sie mich raten. Sie wären viel lieber Butler geworden. In der Tat, Sir. Aber die Stelle im Schloss war schon vergeben. Außerdem brauchte Denise' Vater einen Nachfolger für sein Geschäft. Wir brauchen noch einen Butler, ne? Waren Sie mal im hiesigen Museum? Ich interessiere mich sehr für Museen aller Art. Speziell Völkerkunde und Geschichte, Sir. Aber das hier in Willow Creek kann man nicht mehr als Museum bezeichnen. Guter Mann. Es ist vielmehr ein Sammelsurium an Unwürdigkeiten. Sehr guter Mann. Sie waren schon drin? Ja, vor ein paar Jahren. Als es dort noch ein paar richtige Ausstellungsstücke gab. Sie wollten auf Black Mirror Castle arbeiten? Ja, Sir. Aber statt für mich hat sich die Lady für diese Sally entschieden. Den Grund verstehe ich bis heute nicht. Sally ist beim Brand ums Leben gekommen. Seien Sie froh, dass Sie den Job nicht hatten. Vielleicht, Sir. Wenn Sie das sagen. Ich muss dann mal wieder. Wir ehren Sie uns bald wieder, Sir. Warum stellen wir nicht ein? Ja. Es ist ja nicht so, als ob wir im Moment nicht freie Stellen genug hätten, ne? Ich gehe da besser. Ja, okay, okay, okay. Auf Platz. Genau, wir wollen in die Polizeistation nochmal. Ja, wo ist er denn, der Inspektor? Kann ich kurz etwas fragen? Mhm. Wo ist denn Spuna? Hat sich den Rest des Tages freigenommen. Ich glaube, der Unfall am Schloss hat ihn etwas mitgenommen. So kann man das auch machen. Der Hammer. Wie wird das Grinsen, das er in dem Moment da drauf hat? Da muss man echt mal auf die Mimik achten. Das ist der Hammer. Haben Sie eine Ahnung, wo dieser Matt sich rumtreibt? Im Dorf habe ich ihn nicht gesehen. Gestern war er noch im Pub. Aber wo er heute ist, keine Ahnung. Sie können ja eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ach so, genau wollen wir es nicht. Vielleicht im nächsten Leben. Kennen Sie die Geschichte der Gordon-Brüder? Marcus und Mordred? Nein, aber ich kenne die von Tom und Bobby. Und die reicht mir voll und ganz. Touché. Alles klar. Vielleicht sollten Sie sich das verlassene Haus mal ansehen. Ich glaube, da geschehen seltsame Dinge. Aha. Und was für Dinge? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, da werden Menschen gefoltert. Klar. Was sollte man in einem verlassenen Haus im Wald auch sonst tun? Wieso nimmt mich hier keiner ernst? Soll ich Ihnen noch mal Ihre Aussage vorlesen? Blutige Rituale? Jahrhunderte alte Flüche? Ein mysteriöser Orden und eine mordende Zwillingsschwester? Schon gut. Vergessen Sie es. Aschgege, wir hätten ein Video mitnehmen sollen. Constable, wissen Sie, was ich gerade mache? Ich bin auf der Suche nach dämonischen Portalen. Oh, Dara. Sie sind hier errichtet worden. Da hat der Heilige Geist noch nicht einmal an Jesus zu denken gewagt. Äh, ja. Na dann, viel Spaß beim Suchen. Dara. Auf Wiedersehen, Constable. Hm. Dara, Adrian. Ja, ich komme langsam durcheinander. Ähm, mh, 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 mh. Durch den Wald. Blablabla. Ähm, es gibt, glaube ich, bis zwei Pfade. Und das ist die bei der Kreuzung. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg hin. So, mit der Trompelfahrt, dann willst du wahrscheinlich auch nicht gehen. Planlos durch den Wald laufen? Ja. Vielleicht war es Ralf hier noch was. Ich lasse Ralf erst mal. Ja, okay, er weiß nichts. Ist okay. Vielleicht der Totengräber? Ich renne mir wieder aufs Planlos, nicht die Gegend. Okay, dafür, dass die letzte Folge halt so lang geworden ist, mache ich die jetzt mal Schluss. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt auch gleich erstmal speichern. Und ja. Ich bin ein bisschen ratlos. Vielleicht weiß ich bei der nächsten Aufnahme ein bisschen mehr. Also dann, bis dahin. Ich bin ein bisschen taller. Ich bin ein bisschen regarder. Vielen Dank.